Ende August, 32 Grad im Schatten, mittags halb drei in Deutschland, die Sonne brennt, das Haar hält und ich will es mal mit dem Klopfen auf Waller probieren. Ich weiß, manche werden mich jetzt für verrückt erklären, aber in der Mittagszeit haben wir doch sehr gute Erfolge gehabt und deshalb will ich das einfach mal probieren und vielleicht können wir was filmen. Okay. 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 so ein kleiner kribbel das blieb wieder nur an der Wohen rum ein paar die der zuppelt wieder nur da oben der Hund so wieder abgetaucht hier bekommt er wieder steht da wieder ein Wurmbündel aber da kannst du nicht ausschlafen bei dem Hundesohn hier hier tja, das sind Baller ohne Ende, weißen nicht. Tja, das ist eine kleine Krippel, Suche nach, wunderschön und fressen nicht. Nein, das gibt es doch nicht. Da ist Party Oxide, ein Konsrudel mit Wallacher. Das ist eine Drohne von mir am Keder. Und es bedroht und geht nicht drauf, der Hund. Steht am Köder. Kommt jetzt wieder. Und da zupfelt es auch wieder. Ist das ein kleiner Hund, der. Kannst aber nicht ausschlagen, das bringt nichts. Ich will da wieder weg. Da kommt er wieder. Oh nein, da sind luftlose. Hier wird am Köder. Hier wird zu viel da wieder. Linder Passagier. Da kommt er. Da ist die Kiel. USD Und ich bin der Kiel. Ich bin der Kiel. Untertitelung des ZDF, 2020